Nein. Ich bin ein Zombie, Leute. Ich bin ein Zombie. Fuck. Ah, jetzt kommt die Schiffsmission. Das ist DLC-Content. Hast du dich gespoilert? Ja, ich hab mich informiert. Ja, ja, komm. Hör doch auf. Hör doch auf mit diesen Ausreden. Du hast jetzt schon wieder alles genau angeguckt, wo jetzt was liegt. Genau. Und wir das jetzt in Speedrun gemacht mit Backhopping. Genau, ich hab ja sonst nichts zu tun. Ja, hast du auch. Danach, nachdem wir das hier geschafft haben, nochmal auf höchster Schwierigkeit. Du hast doch deinen ganzen Heinzelmenschen alle, die irgendwo die Videos für dich schneiden. Gib's doch einfach zu. Einer davon heißt Lukas. Das sind so viele Kinder da sind. Kommt da die Möwen aus dem Dach raus. Ach was. Wer hat gerade alles in den Kopf geschossen? Diese Kack-Nagelpistole hier. Hat geschockt, dass das Spiel gerade. Ja. Na gut. Ja, so viel zu ruhig und so, ne. War's ruhig. Rotflinte, ab geht's, würde ich sagen. Wo kommen die jetzt von hinten? Achso, wir sind ja in Schwierigkeitsgrad hoch. Ich merke's gerade. Jetzt müssen wir das alles ein bisschen ernster nehmen hier. Hä, wie war's ernst da? YOLO, rein da. Hinter uns. Bulle hinter uns. Polizist hinter uns. Polizist. Ich geh da mal. Ah, ich seh' ihn. Ey, der frisst so viel. Ne, du musst den ja bloß treffen. Wenn du Aim hättest, würde der nicht so viel fressen. Das will ich jetzt mal so festhalten. Warum stirbt der einfach nicht? Leul, was ist dein Problem? Warum stirbt der nicht? Habe ich das Gefühl oder leg die Map einfach? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist der Anfangslevel. Der allererste. Das ist DLC, was wir gerade spielen. Bist du dir sicher? Ja. Schaut irgendwie genauso aus wie der Anfangslevel. Leute, die Dinger sind auf uns. Aua! Auf uns gehör'n gar nicht zu uns. Warum? Boah, ich bock. Bruck. Bumm. Ich habe nur noch eine Pistole. Gab's irgendwo, gab's irgendwo eine Munitionskiste? Ne, noch nicht. Siehst du? Siehst du? Ne? Jetzt bin wir erfolgreich einmal im Kreis gelaufen. Von oben, von oben, hinter euch, oben, auf dem Dach. Okay, wo denn? Ich habe nur noch eine Pistole. Jetzt sind schon alle tot. Bist du platzt? Ja. Ja. Ja, ich habe ja schon alle tot gemacht. Jetzt kommt eine Welle und ich habe keine Munition. Toll. Wir müssen da zu der Brücke. Wir müssen einfach mal hier irgendwo, aber erlaubt halt immer sonst wo lang. Jetzt kommt doch einfach mit, ihr Olme. Jetzt hier durch. Die will ja da hinten passen. Kiste, Kiste. Genau, und jetzt hier hoch. Ach ne, wir brauchen eine Sprengeladung. Was ich brauche, ist Munition. Ich freue auch. Oh nein. Alter, Superbosch, ich habe dir gerade sowas von dem übelsten Schotwitten-Header gegeben. Ne, er schaut euch mein Leben an. Da kommt ein Polizist. Ich kann nichts gegen den Thun. Ich glaube, ah, ich bin tot. Maybe. Ey, ohne, ohne Munition ist das total sinnlos. Ich habe nur noch 38 Schuss in der Munition. Ich habe noch einen Schuss. So, jetzt bin ich leer. Komplett leer. So, weiter. Nichts mehr habe ich. Ah, Polizist. Oh, okay, es geht weiter. Meuchelt ihn. Ja. Ich habe übrigens schon wieder kein Leben bei der Raine. Ich bin schon wieder lebenslos. Oh, hier ist ein Verbandskrieg. Oh, hier ist ein Verbandskrieg. Oh, Granate, endlich. Nachladen. Ich heile mich mal, würde ich sagen. Will jemand eine Uzi? Sag es nicht, ich hatte die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit eine fette MG auf mir. Warte, komm, ja. Bleib stehen. Oh, bitteschön. Da ist so ein Viecher. 12 Granaten, das ist ein Shit. Ah ja. Hey, müssen wir hier runter. Als ob du die Armbrust gesnackt hast, wusste die. Ja. Die war dort. Ja, hallo. Ich habe Dips on Armbrust. Kettensäge, Kettensäge. Ja, ich habe aber eine MG auf dem Rücken. Du kannst die Armbrust haben, ich habe was Besseres gefunden. Das ist der falsche Button. Neh, man die Fettig im Kettensäge. Braucht jemand noch eine Maschinengewehr? Ja. Man kommt zurück zur Kettensäge. Irgendwo ist ein Großer. Hey, weil sowas von Armee vorbeigerinnen, wenn das Spiel mal auch nicht kippt, programmiert wäre. Hey, wieso bin ich jetzt ein Zuschauer-Modus? Jetzt merke ich glaube ich doch, dass ich eine andere Grafikkarte habe gerade. Ja, Wartmodus. Das ist ein Wille. Ich habe gefühlt 300 FPS. Kein Scheiß. Das geht so gut, aber ich bin mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. Au! Au! Wie kommt mir da hoch? Hier bei dieser gelben Farbe. Können wir nochmal zurücklaufen zu dieser Munitionskiste? Ich habe schon wieder keine Munition. Oh, ich habe auch keine Munition. War dort eine Munitionskiste? Ja, hier vorne ist sicher auch wieder eine. Wo? Ja, hier ist eine. Nee, also, braucht nicht. Da habt ihr da Minen gelegt? Und hier ist eine Schrotflinte. Wo denn? Wir hätten bei mir. Ich glaube, die Typen uns nicht einfach reinlassen könnten sofort. Können wir die angreifen? Nee, wir müssen hier unten eine Verteidigung errichten. Die kommen von hinter uns. Unten? Da können wir noch ein paar Minen verlegen. Wie, Minen? Ja, Claymore Minen. Ach ja, ihr legt die am besten genau dorthin, wo ich halt auch reinrenne, ne? Ach doch, da kommen welche. Die haben keinen Friendly Fire, wenn du reinläufst. Nur wenn die neben dir explodieren. Die roten sind aber nicht von mir. Da musst du selber aufpassen. Die Munition zu weg. Die Munition zu weg. Also, komm jetzt hier mal irgendwie was. Mir ist langweilig. Dann geh doch auf Start der Angriff. In der Mitte. Nee. Ich muss aktivieren, dann kommen sie. Ich muss ja an der Front bleiben. Und aufpassen. Jetzt kommen sie. Naja, das ist ja auch nur so... Das ist auch noch nicht der... Ich mach das jetzt für euch, okay? Oh, das ist schon ein Aua. So, jetzt ist er gestartet. Ah, deine trägigen Minen, ne? Die töten mich hier noch. Du, die sind rote, die sind nicht von mir. Hä, aber die spawnen auch nie einfach hier, oder? Ui, da oben vom Dach kommen sie. Ja, ihr wolltet ein paar Zombies haben. Ihr habt ein paar. Alter, wie soll man das verteidigen? Easy. Nachladen. Warum zieht ihr euch zurück? Ja, im zwei, warum zieht ihr euch zurück? Hinter dir, Patrick. Pass auf, der ist im Gas. Weil ich euch den Dings, er hier vorlassen muss. Den Polizisten muss ich vorbeilassen. Ja, danke, dass du den vorbeigelassen hast. Ey, komm, ich hab's angesagt, dass ich den vorbeilasse. Okay, ich bin tot. Ey, wer schießt auf mich? Problematischerweise sind die auch von der Brücke hinter uns getroppt, kann das sein? Ich brauche euch die Hilfe, der ist im Vorbeirennen, hat er mich umgekaut. Ja, ich hab dich. Alles gut. Die sind an den Stachel, am Stacheldraht sind die voll übel draufgegangen. Ich kann jemanden heilen. Wo bist du? Weil ich bin halt, nee, du hast die. Oh ja, wir sind alle fast down. Okay, weil ich bin halt won. Ich bin, ähm, mir geht's gut, ich hab ein Medipack. Ich wusste nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. War es Taste 4? 4. Okay, der Schwarm kommt übrigens jetzt, ne? Ja, dann kommt doch mal her, Lukas. Dann kommt doch mal her. Komm her. Aber wir haben den doch schon. Wieso, der ist doch tot. Der Dummete hier muss mal die Tür aufmachen. Wie geht das? Das muss ich drücken, meine Fresse. Hier, aber du hast... Ach, ich hab kein Medipack. Ja, ja, sag ich doch. Ich hab gedacht, ich hatte eins. Hier ist einer. Wie viel Leben hab ich eigentlich geachtet? Du hast genauso viel wie ich. Ja, bleib stehen. Ging dir auch, bleib stehen. Wenn du angehildet wirst, bist du Puchikado. Die haben uns reingelassen. Ja. Ich glaub, das sind die Endkirkener hier und hier, die Zombies. Uh, der Volker. Wo findet ihr den Loot? Ich will auch irgendwas. Ich will bitte nicht, den Geld raun. Was ist das? Molotows? Patrick, weißt du was lustig gewesen? Ja, wenn du mich jetzt einfach mal angeschossen hättest oder so. Ja, total. Ja, das wäre lustig gewesen. Hier ist so ein Viech. Aua. Ja, Renner 3. Da ist noch Söner. Irgendwo. Oben. Wenn alle Stricke reißen, ich hab noch ne Kettensäge. Guck, Sprengladung. Irgendwie müssen wir was hier sprengen, hab ich das Gefühl. Hier unten sind Explosivladungen. Hier bei mir. Ja, die müssen aber, glaub ich, für was Sinnvolles verwenden. Alter, wo kommen die alle her? Oh, das hat sich gelohnt. Spür, diese scheiß Kass-Typen. Genau. Okay, jetzt brauch ich ne Kettensäge. Fert, als ob ich Daumen bin. Oh, fuck. Den hab ich nicht gesehen. Habt ihr euch ja, oder? Ah, lag mich. Jetzt bin ich. Ah, du bist so trüben. Shit. Haha, ich bin gerade am... ...war das überhaupt wahrscheinlich für Fuß. Der Buller rennt zu dir, pass auf. Ja, ich schub den einfach. Kommt der gerannt? Ja, der ist direkt neben dir. Ah, der ist hinter mir. No. Ich bin vergiftet, so ne Scheiße. Ich muss mal ganz... Einmal hinter dir hergerannt. Was kann ich noch tun? Nein. Ich bin ein Zombie, Leute. Ich bin ein Zombie. Fuck. Jetzt fliehst du genau auf mir. Man merkt übrigens extrem, dass die Waffen nicht gelevelt sind. Bei meinen Waffen ist das... Die machen einfach überhaupt keinen Schaden und du musst dauernd nachladen. Okay.